Herr Horvath, machen Sie das beruflich? Wir befinden uns gerade auf der Gerlhauser Alpenstraße. Ich sag's euch komplett live und mit dem Ding in der Alpenstraße. Hey, wusstet ihr, dass jährlich mehr Leute durch U-Angriffe sterben als durch Hai-Angriffe? Das glauben wir ihm nicht, oder? Wir zwei sind... Ich wollte gerade sein beste Freund, ey. Ja, auch das verpasst der Pauli. Eine Hammer. Das ist der letzte Tourtag für diesen Herren hier drüben. Morgen kommt der Cousin. Und da drüben sind die kleinen Ausfälle, das ist ein Berg, das ist ein Berg und das Talbe. Hi. Ja, es ist eigentlich noch immer schön, oder? Es ist noch immer so schön. Je lieber kommt, desto schöner wird's heißt. Shoutout an das Tauernblicke Museum. Wir haben eine neue Misch. Und heranschläge? Ich bin Free Latex. Die Story ist für heute zu Ende. Mal schauen, ob wir das noch schaffen zum... Ich kann nicht mehr... Ja. Ja, ich hab zwar gesagt, dass ich mal daheim fahr, aber hallo, ich bin doch noch da, weil ich leider den Unterschied zwischen Materiel-Osterol und Materiel-Brenner nicht kenne. Zollalgam Na rette, rette. Zu guter야지. Das ist cool, cool.